Die emotionale Intelligenz ist dann fundamental, wenn es darum geht, mit anderen Leuten zu kommunizieren und unsere soziale Kompetenz zu trainieren, zu schulen und eben anzuwenden. Und auf der anderen Seite ist die emotionale Intelligenz dann wichtig, wenn es darum geht, unsere eigenen Emotionen wahrzunehmen, sie zu erkennen und sie zu regulieren. Und dieses ganze Gesamtwerk nennen wir emotionale Intelligenz. Die Teilnehmenden lernen nicht nur die neurowissenschaftlichen Grundlagen der Emotionen, der Emotionsregulierung, der Abgrenzung zu Gefühlen kennen. Sie lernen auch wertvolle Techniken zur Emotionsregulierung. Sie lernen, Körpersprache zu dekodieren und Mimik zu lesen und gleichzeitig über das Resonanztraining ihre sozialen Kompetenzen zu schulen. Das Seminar ist super spannend, denn es wechseln sich theoretische und praktische Inhalte ab, so dass die Teilnehmenden nicht nur in die Selbsterfahrung gehen, sondern auch gleichzeitig das theoretische Wissen, das sie lernen, praktisch anwenden können. Das Seminar richtet sich an Heilpraktiker und Heilpraktiker für Psychotherapie, Coaches, Berater und alle Menschen, die sich für andere Menschen interessieren und ihre Menschenkenntnis und ihre sozialen Kompetenzen optimieren und fördern möchten. Ich arbeite seit vielen Jahren mit der Körpersprachendekodierung und dem Mimiklesen. Ich habe verschiedene Studien selber gemacht und Menschen an dem Peakpoint ihrer Emotionen fotografiert, das Ganze analysiert und auch in meiner Praxis als Coach, Beraterin und Heilpraktikerin für Psychotherapie ist genau das, nämlich emotionale Intelligenz von ungeheurer Wichtigkeit, wenn es darum geht, Menschen schnell und empathisch zu verstehen. Ich freue mich sehr, Sie in dem Seminar Emotionale Intelligenz zu begrüßen und bin sicher, Sie werden genauso begeistert sein von den Menschen und von ihrer Menschenkenntnis, wie ich es bin.